Hallo, mein Name ist Christel Hernisch, vielleicht besser bekannt als Pumbonetti, denn mein Blog und mein Instagram-Account heißen so. Viele meiner Bilder findet man in Wohnzeitschriften oder auch Gartenmagazinen oder auch als Cover. Mein Blog gibt es seit 2011, mein Instagram mit mittlerweile fast 100.000 Followern in dieser Form seit 2013. Ich arbeite als Bloggerin und als Fotografin und versuche immer in meinen Bildern das Schöne des Lebens oder die Schönheit zu vermitteln. Ich finde, sie sollen seelentröster sein oder auch seelenwarmer, vielleicht gerade auch in dieser besonderen Zeit im Moment. Musik Mit meinem Mann wohne ich in Biberach im schönen Oberschwaben. Wir haben vier Kinder, die aber schon erwachsen sind. In meinem Buch Aus Liebe zum Wohnen zeige ich, wie man mit wenigen Mitteln, viel Naturmaterial hin, sich ein Zuhause schaffen kann. Denn ein Wohnort ist nicht nur ein Aufenthaltsort, sondern er soll wirklich ein Rückzugsort und auch Wohlfühlort sein. Gerade in den letzten beiden Jahren hat man das ja sehr gemerkt. Dazu wird es auch kleine DIYs geben, die jeder nachmachen kann und natürlich auch meine Lieblingsrezepte. Musik 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 Musik